Liebe Studierenden, wir möchten Ihnen nun zeigen, wie man ganz einfach Fragen und Antworten programmieren kann. Am Ende dieser kleinen e-Lecture sollen Sie daher in der Lage sein, verschiedene Formen von Fragen und Antworten zu entwickeln und diese in einem Online-Tool wie beispielsweise SociServey zu programmieren. Im Verlauf der Fragebogen Gestaltung stehen wir dann hier an der vierten Stelle, bei dem Sie die Form der Antworten für jede Frage bestimmen sollten. Das ist ganz wichtig, da die Antworten auf jede Frage nachher Ihre Daten sind, die Sie anschließend ja auch noch auswerten möchten. Von daher ist es ganz wichtig, sich hier sehr viele Gedanken zu machen, wie sollen denn die Antworten auf meine Fragen aussehen. Wir haben einmal einen kleinen Beispiel-Fragebogen vorbereitet. Hier geht es um Elektroautos. Die erste Alternativfrage ist, sind Sie schon mal ein Elektroauto gefahren? Das ist eine Alternativfrage, weil Sie haben zwei Alternativen, unter denen Sie aussuchen können. Wir empfehlen, Ihren Fragebogen einmal in Word vorzubereiten. Sie können dann über STRG-C und nachher, wenn Sie in das Online-Tool gehen, STRG-V diese Fragen wieder reinzupasten oder einzukopieren. Für die Fragenerstellung brauchen Sie zunächst eine Rubrik, die hier schon geöffnet ist. Wir nennen diese einmal B für Beispiel, speichern das einmal ab und sobald Sie die Rubrik erstellt haben, erscheint hier auf der linken Seite die Möglichkeit, Fragen hinzuzufügen. Die erste Frage ist auch schon offen und zwar ging es in der ersten Frage um das Elektroauto, ja nein. Das war eine Alternativfrage, das lässt sich hier über eine Auswahlfrage sehr gut abbilden. Sie haben hier über ein Dropdown-Menü verschiedene Fragen- und Antworttypen, die Sie auswählen können. Alternativ haben Sie auch nochmal hier eine Oberfläche, die Ihnen so ein bisschen auch grafisch nochmal einen Hinweis gibt, um welche Fragen- und Antworttypen es geht. Sobald Sie abspeichern diese Frage, erscheinen diese Felder, das heißt, Sie können jetzt hier über STRG-V den Text für die Frage einmal einkopieren und dann unter Antwortoption ganz einfach Ja, Nein schreiben. Wenn Sie das dann einmal abspeichern, erhalten Sie ganz unten im Vorschaufenster schon Ihre Fragen mit den entsprechenden Antworten dargestellt. Die nächste Frage können wir oben links über Frage hinzufügen erstellen, Frage hinzufügen und dann ging es darum, um den Typ von Elektroauto zu bestimmen. Ich gehe nochmal rüber in das Word-Dokument und zwar lautete die Selektivfrage, das heißt, hier kann der Befragte mehrere Antworten auswählen. Welche der folgenden Elektroautos sind Sie schon einmal gefahren? Ich kopiere das wieder und kann dann diesen Text in meine Fragebogenplattform übernehmen. Hier ist es jetzt eine Frage mit Mehrfachauswahl, das heißt, der Befragte, es kann ja sein, dass er oder sie verschiedene Autos schon gefahren sind, deshalb brauchen wir hier die Mehrfachauswahl, speichern das einmal ab, den Fragentext speichern wir oder kopieren wir hier einmal rein und dann können wir auch noch ganz schnell, wenn wir einmal diese Bullet Points entfernen über STRG C und dann STRG V in die Antwortoptionen die verschiedenen Elektroautotypen hinein kopieren und dann einmal abspeichern. Wenn Sie weiter nach unten gehen, sehen Sie hier nochmal die einzelnen Auswahlmöglichkeiten dargestellt und wenn wir nach ganz unten gehen, haben Sie hier auch eine schöne Vorschau der Option. Sie sehen hier jetzt eckige Felder, das bedeutet, hier habe ich die Möglichkeit, mehrfache Antworten auszuwählen. Sie sollten hier auch nochmal bei den Anweisungen den Befragten sagen, Sie können mehrere Alternativen auswählen oder einfach mehrfach ausmahl, dann erscheint das, wenn ich nach unten gehe, auch hier in unserem Fragebeispiel. Wir hatten noch eine kleine Besonderheit, das heißt, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob tatsächlich alle Autos aufgelistet sind, die es gibt auf dem Markt und es möglicherweise noch welche fehlen kann, können Sie ein offenes Antwortfeld ergänzen. Wir kopieren einmal diese Antwortmöglichkeit herüber und Sie können nun, wenn wir weiter nach oben gehen, bei den einzelnen Items oder Ausprägungen hier in dieses Feld ein anderes Elektroauto und zwar eingeben. Wenn wir das abspeichern, erscheint hier so ein kleiner Stift, da klicken Sie einmal drauf und dann haben Sie die Möglichkeit, hier ein Eingabefeld zu erstellen, auch nochmal die Breite festzulegen, Höhe brauchen Sie nicht festzulegen, normalerweise 150 Pixel, müssen Sie ein bisschen ausprobieren und wenn wir dann uns die Frage nochmal anschauen, ganz unten, haben Sie jetzt hier auch noch die Möglichkeit, eine offene Eingabe zu machen. Die nächste Frage, die wir vorbereitet haben, ist eine Skala-Frage, insbesondere eine Rating-Skala, wo Sie eine Abstufung von, ja, eine siebenstufige Rating-Skala, einen Likert-Skala mit den Enden Stimme voll und ganz zu und Stimme gar nicht zu und verschiedenen Items zum Umweltschutz. Die kopiere ich jetzt schon einmal, die sind aus der Literatur recherchiert und die kann ich nun übernehmen, wenn ich meine nächste Frage erstelle. Und zwar kann ich hier jetzt zum Umweltschutz die Fragen, ja, den Fragetyp bestimmen, kann dann hier unter Skalen extremer beschriftet auswählen, einmal abspeichern. Fragentext ist, ja, da können Sie auch noch eine Frage eingeben. Jetzt ist aber für mich erst mal wichtiger, die Skalen-Endpunkte einzugeben, zum Beispiel Stimme gar nicht zu, wie gesagt, das ist eine Likert-Skala, Stimme voll und ganz zu. Das sind die Endpunkte. Ich empfehle immer eine Sieben-Punkt-Skala, damit Sie auch genügend Bandbreite, genügend Varianz haben. Auch eine Ausweichoption sollten Sie hinzufügen, wie zum Beispiel keine Angabe oder weiß nicht, sodass die Skalenmitte, wir haben ja jetzt auch hier den Punkt 4 als Skalenmitte, damit Sie den wirklich sinnvoll interpretieren können und wirklich die Leute dann fragen können, ob Sie, ja, es gibt ja immer Leute, die auch die Skalenmitte anwählen wollen. Wenn Sie nicht antworten wollen oder können, können die dann die Ausweichkategorie keine Angabe wählen. Die Items kann ich über Störung V hier unten einpasten, speichere das Ganze schon mal und wenn ich nach ganz unten gehe, ins Vorschaufeld, sehe ich, dass das schon ganz gut aussieht. Ich kann jetzt noch ein paar Anpassungen machen, zum Beispiel bei der Skala kann ich sagen, wo der Skalenpunkt, wie die Richtung der Skala sein soll, ob links oder rechts das Maximum liegt. Ich möchte das gerne links liegen haben. Dann kann ich noch angeben, wie es dargestellt werden soll. Ich habe das immer ganz gerne, dass die Beschriftung nach außen ist, dann ist das ein bisschen klarer für den Befragten. Man kann auch die einzelnen Abstufungen beschriften. Das finde ich aber immer, ist ein bisschen viel, weil sonst der Befragte sehr viel auch lesen muss. Bei der Verankerung würde ich keine grafische Verankerung empfehlen, sondern eher eine numerische Verankerung, dass die Zahlen auch eingeblendet haben, die mit der 1 nachher beginnen. Ich speichere das einmal ab. Gehen wir nach unten, wie es aussieht. Das ist manchmal so ein bisschen tüftelnd. Aber das sieht ganz gut aus. Das heißt, die 7 habe ich mit Stimme voll und ganz zu, die 1 stimme gar nicht zu. Das sieht sehr gut aus. Kommen wir nun noch zu der Unterscheidung zwischen direkten und indirekten Fragestellungen. Direkte Fragestellungen, ja, da fragen Sie den Befragten zum Beispiel, wenn es um das Alter geht, direkt, wie alt sind Sie? Als offene Frage, wir haben da ein offenes Feld, können wir das wie folgt programmieren. Ich früge eine neue Frage hinzu. Gebe eine Beschreibung ein, Alter offen und möchte jetzt aber eine Texteingabe machen. Die finden Sie weiter unten und speichern das einmal ab. Die Frage kann ich hier rein speichern, rein kopieren und sehe dann, dass hier unten die Items leer erscheinen, was auch richtig ist für das offene Eingabefeld. Die Breite kann ich hier auch wieder festlegen. Ich würde es ein bisschen kleiner machen, 50 Pixel und der Text dahinter ist in Jahren. Hier kann ich auch nochmal eine Einschränkung der Zahlen bzw. Ziffern machen, die eingegeben werden sollen. Und ich kann zum Beispiel sagen, es sollen nur Zahlen ohne Nachkommastellen eingegeben werden. Minimales Alter wäre 18, weil man mit 18 erst Auto fahren darf. Und die größte erlaubte Zahl würde ich hier zum Beispiel die Ziffer 99 eingeben, damit wir wirklich zweistellige Zahlen haben, die dort eingegeben werden und nicht irgendwelcher Unfug. Ich speichere das einmal ab. Wenn ich mir das anschaue, gehe ich nach ganz unten. Wie alt sind Sie? Haben das freie Eingabefeld und dann die Jahre? Das sieht ganz gut aus. Letzte Frage ist eine indirekte Fragestellung. Gerade beim Alter müssen Sie schauen, wie sieht Ihre Zielgruppe aus. Gerade bei etwas älteren Personen würde ich eine klassierte Fragestellung bevorzugen, da es sich doch auch mal um ein sensibles Thema handeln kann. Bei jüngeren Zielgruppen geht auch eine offene Fragestellung. Wir machen das jetzt einmal klassiert. Zum Beispiel, welcher Altersklasse ordnen Sie sich zu? Und ich mache eine neue Frage auf. Und zwar nenne ich die Alter klassiert. Und hier ist jetzt die Auswahl auch genau der richtige Fragentyp, weil wir ja, weil die Befrachten in einer Klasse oder sich einer Klasse zuordnen sollen. Die Frage kommt hier hinein und ich brauche dann hier die verschiedenen Antwortoptionen und kann das, wenn ich die Bullets wegpacke, wegmache, einfach mal hier rüber kopieren. Ich kann das abspeichern und Sie sehen dann weiter unten nochmal die einzelnen Ausprägenaugen als Zeilen aufgelistet. Hier ist ganz wichtig, wenn Sie klassiert abfangen, dass Sie keine Überschneidung haben. Hier sieht man es zum Beispiel bei den 20 Jahren. Hier ist eine Überschneidung, das heißt, wenn jetzt jemand 20 Jahre alt ist, weiß er nicht, ob er die Klasse oder die Klasse eingeben soll. Von daher genauer gesagt müssen es hier 19 Jahre sein, damit es überschneidungsfrei ist. Schauen wir uns das einmal an. Und das sieht sehr gut aus. Das heißt, hier können die Befrachten sich jetzt einer Klasse dann zuordnen. Zum Schluss haben wir noch eine kleine Aufgabe für Sie. Und zwar überlegen Sie sich auch nochmal eigene Fragen, offene und geschlossene Fragen, Alternativfragen, Selektivfragen und Skala-Fragen, insbesondere auch eine Rating-Skala. Richten Sie sich eine Count-of-Soci-Survey ein und programmieren Sie dann schon mal diese Fragen, sodass wir die anschließend auch besprechen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.